Jetzt hat es meine paar Marderwuschen. Ja ja, Borkenkäfer. Ach, ich glaub da war eindeutig was zu tun. Geh, was wärst du da groß narrt machen, wenn's die Forstbehörde stört? Dann können sie's ja selber machen. Red ned so einen Kas. Jeder Waldbesitzer hat das Recht und die Pflicht auf seinen Wald zu schauken. Das weißt du ganz genau. Ah, ned der schon wieder. Los ja ned auf den. Lass stehen sich das noch, lei Eier. Eier? Eier du ned umma. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt im Winter schläft der Borkenkäfer, also heißt's anpacken. Wenn alle zusammen helfen, können jetzt bedeutende Fortschritte erzielt werden. Wenn nicht bedeutende Fortschritte erzielt werden, wenn ich das leih hör. Ich sag dir, tu nix, sonst hast du noch leih Scherereien. Scherereien? Wie soll er Scherereien? Jetzt halt doch mal still. Das bringt mich ganz draus. Ich geh jetzt nicht bis dir. Jetzt hast du ihn verscheicht. Gar nicht gewusst, dass der so schreckhaft ist. Puh! Das wird er von dir. Gut informiert gegen den Borkenkäfer. Jetzt hinschauen und handeln. Gut informiert gegen den Borkenkäfer. 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 Gut informiert gegen den Borkenkäfer.